Hallihallo und herzlich willkommen beim kleinen Let's Show zu Majestee 2 Monster Kinken. Ja, das ist das dritte Addon von Majestee 2 und neu ist in diesem Addon, dass man die Gegenseite spielt, dass die Monster bösen, aber für einen guten Zweck. Und das legt er mir hin, macht nichts. Ähm, wir setzen die, äh, die Hauptstory fort, die Kampagne, und ich bin in der zweiten Mission. Ein paar Sachen sind halt noch auf Englisch, also auf Englisch geblieben. Zum Beispiel hier, äh, das Geplabber. Und jetzt, also das sind mal die Rekrutierungsgebäude. Ein Wasser ist für die Helden, zum, ähm, Sachen kaufen, die Schmiede für Rüstung kaufen. Und das Besondere an diesem Spiel ist eigentlich, dass man Helden erschafft, die einfach herumlaufen. Also ihr eigenes Bedarf haben, ihr eigene KI. Und dadurch ist ein bisschen mehr Taktik im Spiel, das ist ein bisschen schwerer. Jetzt müssen wir schon am Anfang ein bisschen aufpassen, dass man die Helden nicht alle verliert und dann die Gebäude. Dann stellen wir mal hier ein Wachtturm auf, und hier oben dann auch. Ähm, hier noch die Helden. Und stellen. Ist ein bisschen zu laut, habe ich das Gefühl. Aber in jedem Spiel ist es zu laut. Ja, so kann ich ja gar nicht. Vielleicht die Musik ein bisschen runter. So. Schon ein bisschen besser. Jetzt schon mal der erste Spawner von den Monstern. Jetzt nehmen wir auf. Und wir müssen das hier oben schützen, aber am Anfang wird uns nicht angegriffen. Wir konzentrieren uns zuerst auf die Siedlung, sonst wird die hier brennt. Und sie haben schon die gegnerische Seite entdeckt. Entdeckt. Oha. Da greifen den Teufel an. Wir müssen hier ein bisschen decken. Wir müssen hier ein bisschen decken. Zum Glück machen die nächste Fischer. Wir könnten noch eine Rattenmenschen-Gilde stellen. Die machen wir mal hier hin. Das ist gut, damit die die Ratten angreifen können. Weil in den Siedlungen entstehen mehr Monsterquellen, die unversiegbar sind. Zum Beispiel hier. Ah, das sind Müllhaufen. Das sind... Ich habe keine Laken. Also im Hauptspiel sind es... Rattenlöcher. Aber hier haben wir auch Ratten als... Ding, hier. Rattenanschrauber, die sind sehr gut. Die haben auch Verschwörungen. Wir können so... Die... Wir probieren es mal. Vielleicht gibt es Verluste. Vielleicht auch nicht. Aber wir brauchen unbedingt einen Holzposten. Und dann da oben. Da ist es prima dafür geeignet. Wer ist denn? Warum? Wer ist denn? Ich werde mich helfen. Wer ist denn? Ja, der ist schon gestorben. Aber wieso greift er auch mit Level 1 an? Ich verstehe es nicht. Das ist zu schwer. Shit. Nein. Was macht ihr? Greif doch nicht zu früh. Jetzt haben wir hier irgendwo einen Friedhof. Der Achtung zu spawnen. Das ist schon der nächste gestorben. Fail. Echt ein Fail. Wir müssen es abladen. Ja, ich schaffe es gleich noch. Oh, ihr seid so dumm. Wir sind immer in Level 1. Ich wollte das eigentlich für die Großen machen. Wir haben es bald geschafft und haben hier Geld. Ja. So. Ähm, nein. Wiederbeleben. Es sind alle so teuer. Das ist blöd. Ähm, wir könnten... Wir könnten... das Video überleben. Das Video überleben. Nein, wir können den noch nicht besetzen. Sonst müssen wir ihn stark bewachen. ... ... ... Neon Raider ist nun eine Plattenrüstung, damit sie ein bisschen mehr aushalten. Magikring haben wir noch nicht. So, hier machen wir mal... nein, nicht hier. Machen wir beim... Bei diesen machen wir das hier. Das sind nämlich am Anfang einfach die Schwächsten. Also, halten wenig Ausdruck, habe sie jetzt mal ein bisschen aufgerüstet. Ich muss sie einfach relativ schnell stören, damit sie nicht so aufbauen können. Hm... Hm... Stop! Ah! Fangen wir schon zwei... Statue und ein Pupp. Da brauchen sie am meisten das Puppen. Sooo... Na, lebe die einfach schön. Wir greifen mal die da an, die Nerven. Wir sind zu nah an der Stadt. Und mit diesen Angriffsschlangen kann man eigentlich denen befehligen. Sie sollen uns hierzu auch angreifen. Wir müssen ein bisschen Geld rein tun. Und dadurch werden sie... Ähm... Ja, aufmerksam. Natürlich. Dann machen wir schon mal die nächste. Da müssen wir aufpassen. Von Norden greifen sehr viele Teufelchen bald an. Das müssen wir verhindern. Ich weiss nicht, wieso kann man hier nicht bauen? Es ist so schlimm, dass es sügelig ist. Es ist so schlimm, dass dieser... ...dieser Friedhof hier ist. Es wird schwer. Bisschen blöd. Vielleicht sollten wir die Goblinsperrgelder ein bisschen verlegen, aber... Nein, es ist uns versperrt. Spannungsgelekt. Schnellig ist unsere Räume wütend. Schnellig ist meine ferien. Ausferspannungsverfahren. Leider. Er ist glaube ich das nicht. Bisschen, die només wird. Oh Gott, hier hinten. Ihr seid die Bösen. So, wir müssen hier mal ein bisschen erkunden. Aha, jetzt greifen sie an. Wahrscheinlich wo sie angreifen. Okay, sie greifen hier an, sehr gut.